Das ist Ihre Kommune, Ihre Stadt, Ihr Landkreis, Ihre Bildungslandschaft. Hier stehen die Kitas, Schulen und kulturellen Einrichtungen. Hier wollen sich die Menschen bilden, lebenslang, lückenlos und nicht nur auf der Schulbank. Mit einer ausgewogenen Bildungslandschaft machen Sie Ihre Region attraktiv. Sie erhöhen die Bildungsbeteiligung, fördern Teilhabe und laden zum Bleiben ein. Das freut die Menschen, die Unternehmen und die kommunalen Kassen. Doch was brauchen die Menschen vor Ort eigentlich? Und wen brauchen Sie dafür? Und wer soll all die Angebote und Zuständigkeiten unter einen Hut bringen? Die Antworten hierauf liefert das kommunale Bildungsmanagement. Mit kommunalem Bildungsmanagement bringen Sie Ihre Bildungsangebote in Form, zielgruppengerecht, ineinandergreifend und zentral koordiniert. Und so funktioniert's. Am Anfang steht die Frage der Bedarfe. Das Bildungsmonitoring liefert Ihnen Zahlen, Daten und Fakten. Sie erfahren, was die Menschen vor Ort brauchen und wo Ihre Bildungsarbeit ansetzen sollte. Jetzt können Sie überzeugen. In einem Gremium holen Sie die wichtigen Bildungsakteure Ihrer Kommune an einen Tisch. Gemeinsam stimmen Sie sich ab, formulieren Ziele und bringen unterschiedliche Interessen auf einen gemeinsamen Nenner. Sind sich alle einig, geht es an die Umsetzung. Diese organisiert ein kleines Team in der Verwaltung. Hier wird kommunale Bildung unter einem Dach koordiniert und im Blick behalten. Den Erfolg Ihrer Arbeit misst Ihr Bildungsmonitoring. Mit regelmäßigen Evaluationen und Berichterstattungen überprüfen Sie Ihre Strategien und machen Ihre Arbeit transparent. Mit kommunalem Bildungsmanagement stellen Sie Ihre Bildungspolitik auf eine belastbare Datenbasis. Sie sorgen für gelungene Bildungsbiografien und sichern die Zukunftsfähigkeit Ihrer Region. Sie wollen mehr erfahren? Sprechen Sie uns an! Transmit Wir bringen Bildung in Form. 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 Untertitelung des ZDF, 2020